Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rust. Ja, ich höre mich gerade übrigens doppelt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, was machen wir? Wir bauen, bauen, bauen und Bartor baut nicht. Erstmal ein Bauen. So, die Syretine geht jetzt wieder rüber an ihr Plätzchen. Sie hat nämlich heute einen Gastauftritt an unserem gemeinsamen Mikrofon gehabt. Oh, war ich nervös? Hat man das gehört? Ja, von mir auch. Herzlich willkommen zurück. Von mir auch. Ja, hallöchen. Ja, hier fehlt noch ein Pillar. Pillar hier. Ein Bruder, ein Pillarmann. Also das habe ich hier schon ganz viele Wände gemacht, jeder. Deine Genitalwitze bitte, du Pimmel. Man, eins gibt es doch, was man hier machen muss beim Crafting. Bei bestimmten Dach muss man sich trotzdem an eine Crafting Table stellen. Okay. Ja, John ist da bei irgendwas. Okay. Ja. Oh, ach, ach, ach. Ihr kriegt auch nichts hin, ne? Ich muss halt hier schon wieder alles machen. Ja, krass, schau, nix hier, backen, ey. Die Lady muss uns hier, ne? Mutter die Räder. Ja, ca. ist klar, nix hier,ooooohinchen. Ich Prozent ich kann mir nachschuldigung aber setzen du bist allgemein zu mir ich will zu dir zu allen das muss man da muss mit einer klaren Differenz ziehen oder zu dem Wolf der mich gerade verfolgt den Autos vor den Falle ich überlege die ganze Zeit ich habe mir jetzt gestern habe ich mir das gestern geholt gestern habe ich mir Starforge geholt einfach weil ich es kann ja und hast festgestellt hättest du lieber nicht gekonnt ja das ist ehrlich so weil ich keine Ahnung wie das funktioniert ich kann dir das gerne ein bisschen erklären aber das bringt dich in dem Spiel auch nicht weiter halt wirklich irgendwie sehr frühe Alpha nee 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 stopp Starforge ist jetzt Starforge ist jetzt aus der Early Access raus seit nach ein paar Tagen traurig das hat uns noch nicht verliehen ganz ehrlich nicht ich hab hier schon mal was gebaut ne Pator jetzt komm Farm komm 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 Warte ich will aber erst mal zack 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 ich will das für eine Tür bauen ich baue eine Crafting Table Mierdorf hier hast du Holz ganz viel hier kannst du zack zack ich hau jetzt auch nicht ganz auf den Baum ey Alter von Clara Treffer der sollte sich wie der sollte sich wie bei der neuen Version einfach so pumpen dann soll er umkippen oder sowas bin ich am geliehen um ein guter jetzt habe ich schon mal 16 die Kastel ein 20 er entschuldigt dann hier hast du schon erwartiert ganz da haben hier steiner aber selber Otto was und muss man schon gar nicht kann ich bald machen ja und aber erst mal muss ich uns die Türe machen ich bin fertig wir kommen gleich auch ein bisschen vorwärts hier ich nehme warte einfach an der hand und dann passt dann schon irgendwas gefunden ich habe ein research geht sag ich mal so irgendwas und holen können er wird er wird er bei uns irgendwie die musik ich suche mal die backen ja also bei uns ist glaube ich nicht ne ich höre noch nicht so laut und gar nicht gesehen irgendwie und so wie er 30 0 1 ok das war jetzt schwachsinn dass ich das gesagt habe weil jetzt wissen wir das weiß aber die finden uns sowieso nicht die finden uns sowieso in der stadtmode hat er gehört wir können uns jetzt alle p 250 bauen mit einer taschenlampe dann brauchen wir nicht die fackeln nachts aber ich habe hier kommen hoch ja ich habe ja noch einmal aufnehmen wieder total scheiße auswendig bist du warte ja ich mir geht sie ganz aus wo ich bin das hier kommt hier nicht rein wir gehen jetzt kommt warte ich aber kurzer mann mama sofort jetzt kommt dann hast du fernsehverbot und darf sofort ins bett ohne abend und heute gibt es meckes was für eine arziehung nein weil ich jetzt das wissen was man für die Schottkornilz oder einer diese durch die Schottkorn zu finden er dann kommt laut und die mädchen und zwölf stück okay ja aber erstmals mit der mitteilte als erst mal wichtiger als die Waffe. Nein, die 4.50 ist schon gar nicht verkehrt, die kostet mir nieder. Los geht's, los geht's, yeah. Ja, hast du da schon ein Blueprint für? Ja, ich hab. Achso. Da ist ein Haus, was ich nicht kenne, ist deins, ne? Wohl, ich bin mir nicht da dann gedacht, da war ganz viel. Ich schaue nur eine Pig-Ax-Line. Scheiße, auf die Pig-Ax, ich glaube, meine Headshot. Na, man hat sich schon einfach angefangen. Ach ja, klar, ich hab ja die Begrüßung gemacht. Hahaha. Mein Gott. Ne, ich weiß gar nicht, ob wir aufnehmen. Äh, ne, ich glaub, die roten Zahlen bedeuten, dass das gerade alles gelöscht wird, aber... Rote Zahlen? Du schreibst jetzt schon rote Zahlen, das war gleich erst angefangen. Äh, ne. Merke den Weg, sonst verlaufen bei uns. Wann denn wir? Das ist wie mit Kronk. Der muss jetzt schon wettelnd auf der Straße setzen, um sein Leisstream zu finanzieren. Das ist doch so geil. Das ist ein Leisström. Sehr galtes Video, ey. Da, geh farm, hast genug da. Ich hab Hunger. Hab nichts zu essen. Ich muss mal. Geh nach Frau Wurst. Ich hab auch andere Tiere gefunden, farbige Tiere. Ja, ich hab auch andere Tiere gefunden. Ne, 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 ne. Und die Stadt? Uh. Deine Stadt hab ich auch vorhin gefunden. Die ist jetzt schon Radio Activity. Ja. Knallhart. Juck dich nicht. Juck dich nicht. Äh. Äh. Aber ein bisschen falsch. Jetzt machen wir mal ein Lagerfall. Das ist nicht so gut, finde ich so schön. Die back. Die back. Verstanden. Übrigens, wenn sich irgendwas so anhört, als wenn ich's ernst meint und knallhart und so, dann war das ein Spaß. Kann vielleicht nicht ganz so gut sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab in einer Folge hab ich gedacht, oh, dann geht's ganz schön ernst zu nehmen. Aber das ist echt nicht so. Weiß zum Thema Starfordsch hast du ja das gekauft oder hast du es nur von jemandem gepolt? Nein, ich war so blöd. Aber ich hab dafür manchmal was bezahlt, weil ich das ein Forum bekommen habe. Du alten Schnorrer. Ehrlich, ne? Ehrlich doch. So, ich hab Punkte gesammelt und dann hab ich das geholt. Punkte wie für? Ja, für irgendwas schreiben. Ja, irgendwas schreiben, dann bekomme ich da was. Kinderpornografie. Da kennst du dich am besten, es wird aus, ne? Ja, ja. Musst du dich ja melden. Wui. Ehrlich. Ich hatte so eine Frage. Ey, wo wir irgendwann mal, wenn wir irgendwie einen Plan davon haben, einfach nur random, einfach so ein, das Spiel mal let's playen. Let's playen. Let's spielen. Let's spielen, okay. Let's spielen. So nennen wir das. Vator und Curse. Vator und Curse. Ey, das wär doch voll. Nö. Ich bin auf der Wiese. Oh. Das wär doch voll die geile Kategorie, alter. Nein, Hilfe. Die Kategorie, lass uns spielen. Lass uns spielen. Lass uns spielen. Nö, aber nur, wenn man mit Puppen anfangen zu spielen sind hier, ne? Also. Oh, Pokémon. Oh, Pokémon. Lass mal Poké. Oh, jetzt mal gucke. Ja, Poké am Kopf. Hab's dann nicht weg. Nein, nein. Das ist das einzige, was nicht geht bei mir, ehrlich. Mann, Dragon Ball, alles, 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 alles in die Richtung. Tut mir leid. Ich bekenne mich jetzt. Morgen stimmt zehn Abonnenten weniger oder so, aber ich kenne mich dazu. Also, bei dir ist es halt ein ziemlich großer Unterschied, ne? Ja, bei dir auch. Weil die ersten 5.000 zielen da nicht. Nö. Du bist so fies. Ja. Äh. Ey, dich treff das viel nicht. Oh, jetzt. Mach's aber fein. Töten, töten. Ach, Spender, Metzger von nebenan. Alter, geht's geklärt in der Woche kaputt. Also, ich glaub, wohin bin ich hier lange laufen und dann hab ich ne Stadt gesehen. Ja, ich seh grad auch ne Stadt, ich will rein. Boah. Oh, ich hab jemand gebaut. Ja, wie so, ja. Wie sieht das eigentlich aus? Dum, dum, dum. Na, also, hier, äh, John und Bartor, komm mal hier hin, ne? Und dann machen die Pizza und wir zurück kochen, äh, wir zocken alle zusammen. Aber immer kochen. Ja, richtig. Ich hatte mal nen Kollegen. Du hast auch nur keinen Bock die Pizza zu machen, oder? Pass auf, ich hatte mal nen Kollegen, der, äh... Der hat für dich Pizza gemacht? Nein, der ist auch zu uns gekommen, ne? Und als Dankeschön, dass er bei uns schlafen durfte, hat seine Mama mir, äh, zwei Geschenke gemacht. Boah. Kannst du schon wieder lernen, Drew? Nein. Da, ich hör was. Ja nix. Da ist ein Holzaufen. Da ist ein Holzaufen. Das war irgendwie so ein komisches Problem. Weiß wer das war, Schatz? Das war der Kremens. Der Kremens. Der Kremens. Ah. Da hab ich eine Bettdecke gekriegt und ich glaub Schokolade, so Bettbezüge. Ah, ja. Ja, weil ich auf ihn aufgepasst hab. Boah, ist hier viel, achte. Achte, jetzt hör ich mich schon an wie so ein... Ist egal, ich möchte das nicht sagen hier. Ja, du bist im Death Valley hier, im Hacker Valley, so als hab ich's. Hacker Valley ist von Kuba. Äh? Nein, das haben wir gerade entdeckt. Tiefahrer. Alter, das ist das, Hacker Valley. Hacker Valley. Nein. Das heißt jetzt, das heißt jetzt Eleanor Land, äh, Syrentine Land. Ja. Das heißt jetzt... Ey, war gerade jemand von euch in dieser Stadt? Die ist komplett leer gelootet, also dann bin ich hier nicht alleine. Ich war da vorher, äh vorhin erst. In Small? Ja. Ja, da war ich. Da war ich vorhin. Aber dass das immer noch nicht Resport ist, was haben die Zeit dann ja? Ne, ich war da schon. Boah, fünf Minuten. Jetzt wird noch kurze Zeit der Elftisch da. Und die Kiste. Und leer. Und dies von. Eis. Hier. Ich komm wieder zurück. Wie schaut's mit der Zeit aus? Das ist gleich, äh... Drei Minuten haben wir noch. Passt doch. Ich... Dann da muss sie wieder ganz schnell rüberlaufen, äh, zum guten Mikro. Und dann... Kann sie auch beenden. Abschied machen, sagst du. Das hat sie verdient. Nein. Ich kann das nicht, wenn so viele Leute dabei sind. Ich kann ja schon nicht... Ich kann ja schon nicht aufnehmen, wenn ein Curse neben mir sitzt. Geht nicht. Werde ich nervös. Sag mal, richtig mal alles falsch. Dann labere ich voll viel Kacke im TS. Also hier im Mikro. Übrigens, hast du das bei der Sims-Aufnahme mitgekriegt? Ne, hast du den noch nicht angehört, ne? Hab ich gesagt, weil mein Hintern hat vibriert. Ich so, Moment mal, mein Hintern vibriert gerade. Oh, was weiß ich. Fail. Ey, die kenn ich. Fail kenn ich. War doch auf dem alten Server, wo wir mal waren, oder? Ich hab keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ey, hier ist alles voll, ne? Ich farm nur Holz. Du sollst auch das andere fahren. Hallo, ich führe die Holzfäller Bator GmbH. Hallo. Langsam. Dann soll ich mich auf den Rückweg machen. Sollten wir uns auch mal machen. Ich hab nämlich keine Ahnung, wo wir hier zurückkommen. Ja, wir brauchen uns gleich einfach. Jo. Ja, das war's. poquito nicht. Ja, das war auch, nicht mehr viel. Guck mal, wie viel die noch ist. Nimm auch die Steine und jetzt mit M. Da fast noch mal zu euch rüberkommen, aber... Ne, 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 so viel sind die Vorarlte. Oh, eine Wiese, ne? Das hat die Stunde groß geschrieben. Nichts. Witz. Witz. Weil denn, das ist wie bei dieser Einwiese, wo auch schon mal und bei einer bei einer alten Aufnahme war immer zurück, wieder alles voll. Naja, aber Ich hab mal gekonnt, einfach alle Nachrichten bei Steam ignoriere, weil's nicht nur eine Person ist, die mich zuspammt Oh, da ist ja alles voll Guck dir mal, wie riesig die Wiese ist, hier ist überall was, ey Was für Spam Ah, da wär's hier immer noch im Channel, ne Der hört uns Wer ist im Channel? Einer, der mich früher sehr belästigt hat Ja, das war vor einem Jahr Nee Wer war das? Das bin ich Warum machst du das? Ja, ich mach das halt Ich hab halt auch noch ein Mikrofon Jetzt kannst du dich wieder muten Ja, mute dich wieder, mögen dich nicht Tschüss War nur ein Scherz, weint Drei Minuten sollte jetzt eigentlich rum sein, oder? Am Junge doch mal in Ruhe, ne, das war so ein Piepsen Die, 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 weißt du, sowas Ja, aber dann, ähm, 29 Sekunden noch Ja, da kann man aber jetzt schon mal Dann kann das schon mal rüberlaufen, ich weiß nicht, wie lange du brauch Guck mal, was, ich brauch die da Guck die Folge noch nicht da hinten, weh, die Was? Wuff, wuff, wuff Sonst nix Bist du immer noch hier auf der Wiese? Ja Alter, ich geh, ich geh da, ich guck da gerade zurück Und bumm, wieder alles voller Haufen Ja, ich weiß, ist alles voll, Schatz Stehst du da hinten grad bei einem Baum? Äh, warte, ich hopse mal Die Folge, die Folge, die Folge ist vorbei So, siehst du mich? Hör's mal Hör's mal Ich glaub ja Warte mal, du stehst grad Du stehst beim Baum, oder? Nein Hier, ich steh hier hinten Hier siehst du mich vom Hausratenstein, ne? Ich bin grad am Stein, ja Wer mich jetzt einfach von den Zuschauern verabschieden Habter davon Hat er es immer erlaubt? Also, wir sind am Ende dieser Folge hingekommen Wir hatten sehr viel Spaß, wir hoffen hier auch Nee Und ihr schaut euch, schaut uns weiter hinzu Und schaltet wieder an Wir sind alle sehr froh darüber Wenn es wieder heißt RAS Wie ist wieder heil? RAS Alles klar, bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017